Ja, heute haben wir mal wieder Erfolgsgeschichte, aber ich würde mir heute mal weniger, also der Erfolg ist großartig, aber auch mal zu sehen, wie fühlt sich das an, wenn du immer und solche Beziehungen geführt hast, Dopamin, liebessüchtig, knietief im Drogenrausch der eigenen Hormone und Neurotransmitter oder auch des Fehlens, also wenn wir nicht mehr da wären, wäre ja auch noch gut, aber dieses drogenhafte Gefühl und aber auch der Absturz, der dann immer viel mehr da ist, wenn das nicht mehr so ist, wie fühlt sich das eigentlich an? Genau, wenn du auch solche Nachrichten oder Fragen schicken willst, bei einem Formular auf liebesche.de, denk dran, Selbstliebe-Challenge-Advance geht los, Wohlfühl-Challenge und der Trauerkurs kommt raus. Ja, lieber Christian, ich wollte mal meine Erfolgsgeschichte teilen, also eine Zuschauerin, bin mittlerweile 35, aufgewachsen mit nicht verfügbaren Eltern, Mutter alkoholabhängig, Kaiserschnitt nach der Geburt, wurde Mutter so krank, dass ich die ersten Wochen meines Lebens bei meinen Omas verbrachte. Oft sagt sie mir, dass ich auch ungewollt bin, so als, dann kam noch mein Bruder auf die Welt, da sie selbstständig ist, ja, in der Gastronomie hat sie auch für uns keine Zeit, so habe ich ihn mit versorgt, als er etwa, also mein Bruder etwa ein Jahr alt war, habe ich ein Tag ins Bett gebracht, ich wollte eben Liebe um jeden Preis. Da dies auch nicht funktioniert, zerstürzte mich auf die Männerwelt. Ich hatte schon früh Po und Busen, also kein Problem, hat dann mit 15 meinen ersten Freund kennengelernt, der neun Jahre älter war. Er half mir, zwölf Jahre lang erwachsen zu werden und meine Muster zu bearbeiten. Er war in der Beziehung nur verfügbar, wenn er mich belehren und mir Dinge erklären durfte. Er konnte mir seine Liebe schwer zeigen und war mega undurchschaubar. Nach Scheidigkeiten immer Ghostings seinerseits und liebe Worte waren auch sehr rar. Es war eigentlich nach fünf Jahren schon klar, dass er nicht gut für mich ist, habe es trotzdem durchgezogen und dank ihm angefangen, eine Therapie zu machen und erwachsen zu werden. Er fand das alles nicht gut und wollte das verhindern. Dies führte dann zur Trennung meinerseits. Danach lernte ich hierunter Männer kennen, jedoch alle so unverfügbar wie er. Entweder sie waren schon besetzt oder beschissen. Ich ließ dazu und leidete sehr. Aber das Leid brauchte ich, um weiter zu wachsen. Dann entdeckte ich deinen Kanal und lernte. Irgendwann leistete ich mir deine Kurse und lernte weiter. Entdeckte dann auch meine Spiritualität und wurde Schamanin. Anfang Januar lernte ich dann meinen jetzigen Freund über die T-App kennen. Ich vermute mal Tinder. Kann ja auch mal klappen, wie man hier sieht. Wir schrieben zwei Tage und verabredeten uns für das kommende Wochenende. Alles ging von ihm aus. Er matchte, schrieb mich an und lud mich zum Date an. Wir frühstücken gemeinsam, gingen spazieren und am Ende küssten wir uns, was er initiierte. Endlich mal, wie es sein soll. Wir wuchsen beide in den 90ern auf. Da war das noch einfach. Wenn man sich intensiv küsste, war man halt zusammen. So sagten wir das dann auch. So, jetzt pass auf. Jetzt erst null mein Beuteschema. Jedoch sehr an seiner männlichen Polarität. Das ist genau das, was ich immer empfehle. Also Polarität dafür, dass eure Bindungsangst nicht so reinkickt. Und natürlich sollte es nicht das gleiche Muster sein wie vorher. Achtung, ich habe null Schmetterlinge und finde das ganz schön. Ich sag den Satz nochmal. Ich habe null Schmetterlinge und finde das ganz schön. Lass diesen Satz mal auf euren Ohren klingeln. Ich sag jetzt nicht immer, dass es genau so ist, wenn man in eine sichere Beziehung kommt. Aber so grundsätzlich ist das so was sehr Typisches, wenn man aus liebessüchtigen Beziehungen kommt. Er meldet sich täglich und fragt nach meinem Befinden. Oh Gott, pass. Ein verlässlicher, zuverlässiger Mann. Unfassbar. Aber du kannst es jetzt genießen. Genießen es halt miteinander. Er ist mega verfügbar. Sagt, dass er mich toll findet. Und wir es langsam angehen lassen. Wir haben beide ganz viel misserlebte Beziehungen. Er ist in seiner Polarität und zeigt trotzdem Gefühle. Er macht ganz viel für mich. Er hat zum Beispiel Überstunden freigenommen, um mich an seinem freien Tag zu besuchen. Das ist ja ekelhaft, wirklich. Das ist ja gar nicht so nicht verfügbar. Hinterher rennen will mich nicht. Ja, super. Das ist richtig gut. Richtig gut. Genau so soll es sein. Frauen wollten ihn laut seiner Aussage nicht, weil er Gefühle zeigt und kein Bad Guy ist. Ja. Was soll man dazu sagen? Aber er ist ja trotzdem in seiner Polarität. Aber ja, das ist eben so. Das muss man auch den Frauen sagen. Es sind ja auch nicht immer die Bad Guys schuld. Es sind ja auch die Frauen schuld, die die immer wieder, immer wieder aussuchen. Was soll man auch dazu sagen? Also ich kann da, das ist ja auch, was man immer wieder sagen muss. Wenn Frauen immer wieder einen bestimmten Männertyp selektieren, muss man sich nicht wundern, dass der überall die Runde macht. Das hängt einfach alles zusammen. Aber gut. Genau das, was ich schon immer wollte. Es ist verblüffend, wie einfach es zwischen uns ist. Ja. Wir haben beide gestaunt, dass wir unser nice-geilen Leben weiterführen können mit dem Hauptgewinn an der Seite. Kein Drama, kein Stress, kein obsessives Gedankenkreisen, keine Unsicherheit bezüglich des Meldeverhaltens. Ich habe es so oft in deinen Videos gehört, auch nie glauben können. Ich bin nicht verknallt. Ich finde ihn einfach mega toll. Und er bereichert mein Leben. Wie gesagt, man kann durchaus auch in einer gesunden Beziehung verknallt sein. Aber diese Richtung ist so ganz typisch so. Richtig gut und so muss das sein. Da wir beide versuchen, stets im Hier und Jetzt zu leben, wollen wir schauen, wo in die Reise geht. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, die mir im Kombi mit Meditation und Wünschen sehr geholfen hat. Leute, liebe Grüße an der Tefskola. Ja, bevor meine Stimme jetzt wieder versagt. Macht die fucking Kurse, Leute. Gucke ich nur die Videos. Und so sieht das ungefähr aus. Ich muss diesen Satz einfach nochmal einmal vorlesen. Es kommt Hundi hier wieder an. Ich muss auch nochmal husten, sorry. Ich habe null Schmetterlinge und finde das ganz schön. Merkt euch das. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.